Heya und meine Freunde, bla bla bla, meine Schnitzel, ha ha ha. Ähm, ich weiß nicht warum ich jetzt ha 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 gesagt hab, ich hab's gesagt, weil ich's gesagt hab. Lass du dir das dabei, oh Gott, nein, ich hab's doch vorhin sortiert. Okay, eine Runde, äh, wie heißt es? Äh, wo steht das? Äh, Happy Wheels. Und, eine Runde Happy Wheels. Warum, weil, ich komm da nicht durch. Warum, äh, weil, ja, ich find Deponia momentan langweilig, möchte jetzt nichts aufnehmen und, was ist, was ist Vor-Nenz, also einfache Bucket. Äh, oh, schade, Vor-Nenz ist richtig. Ähm, ja, ich hab keine Lust auf, äh, ich weiß nicht was, was ein Vor-Nenz ist. Äh, das sieht ja auch gesund aus. World's Mob is stronger. Da bin ich mir jetzt aber sicher. Ähm, ja, keine, kein Bock. Da drauf und... Sag mal, will die mich verarschen? Die hat geschrieben, which is a fake? Ne, da, nein. Ne, ich weiß, dass es Creeper gibt. Da kann man mir jetzt nix vorstellen, ich hab ja Minecraft. Oh Gott, das lädt. Oh, no, mh. Auf jeden Fall, äh, kein Deponia, es gibt kein Deponia in den nächsten Tagen. Und übrigens, ich habe ein neues Aufnahmeprogramm. Puh. Oh, Broadcaster. Recht schön. Was passiert, wenn ich so mache? Ah. Okay. Ihr habt gesehen, was ich, äh, vorhin als Musik gehört hab. Es lädt. Es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Und wenn es lädt, dann kann ich nicht spielen. Okay. Okay. Laden wir es nochmal. Oh Gott. Ich hasse diese Seite. Hab ich das schon mal gesagt? Ich hasse diese Seite. Oh. Ich, ich find die nicht toll. Ach, übrigens, ich hab hier oben links in der Ecke, wo man meinen Mauszeiger nicht sieht. Ich soll den Ton mal wieder... Oh Gott. Oh Gott. Zu laut. Ich hab oben links in der Ecke, wo man nicht, äh, wo man meinen Mauszeiger nicht sieht, äh, jetzt, äh, Spätzl stehen, weil ich's kann. Hohoho. So. Ja, genau aus dem Grund eigentlich. Ist mir grad ein bisschen zu laut, muss ich ehrlich sagen. So. Äh, dann muss ich hier nochmal was umstellen eben kurz. So, gut. Ja. Wo war ich gerade? Weiß es nicht. Ach so, ja. Ich hab oben links Spätzl stehen, weil ich's kann. Nein! Oh Gott. Was ist das denn für ein Karpis? Ja, das schaffe ich. Oder auch nicht. Aber ich hab ne Idee, wie ich das schaffe. Und zwar so. Mhm. Ich komm da nicht hin. Ja, jetzt bin ich auch noch tot. Ich glaub's auch. Wo? Hat er irgendwo hingeschrieben, dass es Pogojump ist? Ja. Hab ich nicht gewählt. Huh. Das muss ich einfach so aus, äh, Spass verheben. Haha. Ich wollte jetzt, äh, das Replay safen. Und mit der Weiß, ah, man kann... Man sollte den Charakter festlegen. Genauso wie hier. Ich wette mal ganz spontan, dass man nicht mit dem Typen das machen sollte. Ah, was ist das? Okay, ich bin 250 Meter weit. Okay. Ich glaube, ich habe es herausgefunden, was das ist. Jetzt muss ich mit dem hier meinen Kopf abreißen. Genau, genau das sollte ich machen. Don't move. Nee. Find ich nicht lustig. Epic Thro... 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 Ja. Epic Multikill. So. Ah, schade. Ich wollte... Ich bin so behindert. In seinen Puppes. Ich habe ihn in seinen Eier aufgespießt. Oh Gott. Nein. Oh, oh, oh. You can't hit me, old man. You can hit the kid. Wow. You don't say. Ah, das war zu. Ja, da haben die sich gegenseitig... Oh Gott. Nein, nein. Ah. Lebe ich noch? Oh, ich bin tot. Na, eher. Ich drücke immer T anstatt R. So. Oh. Das war jetzt aber mal epic. Nein. Da hatte ich jetzt aber mal bammelt. Nein. Oh Gott. Na, da komme ich. Da komme ich dran. Das war schon ein Failstart. Ja, klar. Erstmal alle Schwerter in die Fette da rein. Yay. Ich habe es geschafft, wie auch immer ich das gemacht habe. Mir ist gerade ein bisschen kalt, muss ich sagen. Aber ich kann erst die Aufnahme nicht stoppen, weil ich auch nähe. Ah, diese... Tut mir leid wegen diesen ganzen Anzeigen da unten. Immer wenn da Anzeigen erscheinen. Ja, wir sind gerade bei 8 Minuten und oben längst steht Patrick. Oho. Schon bei 8 Minuten. Oh Gott. Ah, da waren wir schon drin. Pew... 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 PewDiePie... Happy... Wähler. Ja, ich weiß, dass er PewDiePie heißt, aber... Entweder PewDiePie für mich oder PewDiePie. PewDiePie ist... Es ist halt so für mich. Okay. Man soll mit dem Pogo-Mensch mal mitmachen. Was ist... Ah... What is... Episode... Keine Ahnung, geht mir am Arsch vorbei. Darum I don't care. Ich weiß, ich sterbe da zwar, aber I don't care. Nein. Ah, ich habe nie eine andere Idee. Okay. Oho. So. Jetzt kann ich in I don't care rein. Tut mir leid, aber ich bin kein PewDiePie-Fan. Ich habe noch nie eins seiner Videos geguckt. Okay. Nur damit ich es zu Ende machen kann. So, I don't care, I don't care. Nein, ich wollte außenrum springen wieder. Weil der hat ja richtig geil gemacht, dass ich immer außenrum springen kann. Wartet wollte ich nicht. Also, ihr könnt euch ja die Fragen durchlesen und gucken, ob ihr es könnt, aber ich kann es nicht. Okay, ich mache es mal. Ich versuche es mal mit ihm hier. Nein, ich möchte nicht runter. So. Nein. Ach Gott. Okay. Okay, muss ich ihn nochmal neu machen. Falls kein Problem mehr hat. Nein. 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 Ich möchte oben rum. So. Ja. Ja. Nein. So. Na. Komm schon. Komm schon. Okay. Wir haben versuchen wir es nochmal mit dem Daddy. Daddy. Daddy yo. Na. Es ist gar nicht das Level. Weil ich das nicht mal wirklich wirklich verantworten kann. You're a blind. Roadshow bist mad. Willst du mich verarschen? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Äh. Ja. Genau das wollte ich. Auf jeden Fall. Ich komme darauf gerade nicht klar. Tut mir leid. Ich weiß nicht was das soll. Ich habe es nicht verstanden. Tut mir leid. Ähm. Try to survive. Ja. Ich habe meine. Ich habe meine Arme verbrannt. Durch die. Vorher konnte ich die schön weg. Wengeln. Ha ha. Tja. Noob, ne. Na. Los. Na. Nein. Nochmal. Oh. Ich habe meine Arme ganz verloren. Oh. Ah. Oh. Ah. Ah. Ich kann es einfach schieben. Oder ist es nicht. Okay. Timmy ist tot. Hallo Timmy. Aha. So. Weiter. Drugged Baby. Oh. Ich schieb da schon einen vor. Und der. Schießt mir das immer noch in den Arsch. Oh Gott. Nein. Oh. 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 Oh Gott. Oh. Oh. Gott. Oh. Oh. Ich bin zwar im Wunten, aber ich bin vielleicht aber noch. Ja. Da konnte ich jetzt aber nichts machen. Nee. War mir zu. Nein. Mini-Skill-Kurs. Ähm. Nee. Kein Bock drauf. Ich verstehe es nicht. Ah. Fünf. Fünf Dings. Nein. Nein. Ähm. Ah. 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 Das ist nice. Das finde ich cool. Das war ein bisschen laut, aber. So. Ich hab mich immer vertippt. So. Oh. Oh. Ich kann durchfallen. Ah. Der hat da irgendwas falsch gemacht, weil ich musste gar nichts mehr machen. Ich komm hier raus. Das ist möglich. So. Ich bin draußen. Was jetzt? Okay. Komisches Gesicht. Und ich bin im Ziel. Äh. Okay. Auf jeden Fall würde ich sagen, das war's mit dem Part. Wenn er euch gefallen hat, dann lasst doch eine Bewertung da. Auch wenn nicht, dann lasst halt eine negative Bewertung da, die ihr gerade Lust habt. Und ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und tschüss, Illy.